Mit einem 2-0-Erfolg gegen Frankreich startete die deutsche Nationalmannschaft ins Länderspieljahr 2024. Gestern Abend gab es mit dem Spiel gegen Ungarn dann den Abschluss. Wir wollen inzwischen Fazit ziehen und die Arbeit der DFB-Elf der letzten Monate nochmal resümieren. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit unserem lieben Taktikexperten und Analysten Tobias Escher. Und dementsprechend guten Morgen dir. Guten Morgen, danke dir zurück. Und ich freue mich auf die Analyse des Spiels, also der Spiele. Ja, also gut, vielleicht hätten wir mit Julian Nagelsmann noch ein bisschen besseren Gesprächspartner haben können, aber der hat dir den Wort auf jeden Fall gelassen, netterweise. Ja, es ist ja irgendwie eine Länderspielpause, die wollte so niemand mehr wirklich. Wir waren voll im Bundesliga-Flow und alles war super. Jetzt hatten wir nochmal die zwei abschließenden Nations-League-Spiele und schon irgendwie war vorher klar, wenige große Erkenntnisse, dieser Platz 1 in der Gruppe war auch schon so Formsache. Wie hast du dich darauf vorbereitet, wie hat sich auch die Mannschaft darauf vorbereitet, auf diese Länderspielpause? Also ich muss gestehen, momentan ist es nicht so, dass ich mich über Länderspielpausen ärgere. Dafür macht mir die Nationalmannschaft zu viel Spaß. Es ist das erste Mal seit Jahren wieder, dass man sich auch auf solche vermeintlich unwichtigen Spiele freut. Zumindest am Samstag war das so gegen Bosnien, als ich auch die Mannschaftsausstellung gesehen habe, dass da Nagelsmann keine Kompromisse eingeht. Da habe ich mich schon auch eine gewisse Erwartung gehabt an die Mannschaft, wie sie spielt. Diese Erwartung hat sie dann auch erfüllt. Aber ich glaube, das ist ja erstmal so ein allgemeiner Takeaway von diesem gesamten Länderspieljahr, dass wir eine Nationalmannschaft haben, auf deren Spiele man sich wieder freuen kann. Das Spiel gegen Ungarn war da wieder so eine etwas andere Geschichte. Klar, auch mit dem Vorzeichen, dass man da eben schon eine A11 gefunden hat gegen Bosnien, dass man die nicht hat spielen lassen müssen gegen Ungarn. Aber auch dieses Spiel, fand ich, hat Erkenntnisse gegeben. Also es ist nicht so, dass man momentan, wie man noch vor zwei, drei Jahren so bei Freundschaftsspielen gegen Peru gedacht hat, was soll das jetzt? Nee, momentan ist es so, dass man sich, zumindest ich, mich auf diese Spiele freue. Noch am Rande, Nagelsmann muss ja auch auf ein paar Spieler verzichten, die gefehlt haben. Zum Beispiel Undarff, Pavlovich, Stiller, Anton auch. Also du wusstest schon, es ist nicht der A-Kader, der dir jetzt so zur Verfügung steht bis ins letzte Detail. Es ist auch das 15. Länderspiel dieses Jahr. Das ist ja gut dann komprimiert gewesen und so in diese Kapitel vielleicht unterteilt. Das fühlt sich gar nicht so an, als hat man irgendwie am Anfang des Jahres so die Freundschaftsspiele. Die EM ist auch schon irgendwie sehr weit weg. Wie kommt dir das vor so? Es ist schon doch ein relativ großer Fluss in diesem Jahr gewesen, fand ich. Also ich fand, das hat mit dem ersten Länderspiel dann angefangen gegen Frankreich, gegen die Niederlande, diese Freundschaftsspiele, die dann wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben haben. Dann diese EM und jetzt auch diese Nach-EM-Phase. Also ich finde schon, dass man da eine klare Entwicklung bei der Mannschaft sehen kann und dass wir jetzt auch sehr weit entfernt sind von den letzten Länderspielen aus dem Jahr 2023, als wir gegen Österreich und die Türkei beide Spiele wirklich zurecht verloren haben. Also ich finde schon, dass man da einen ganz klaren Schlussstrich gezogen hat danach und jetzt auch nach und nach diese Mannschaft aufgebaut hat. Und man hat damit auch nicht nach der EM aufgehört und ist dann in so ein Loch gefallen, sondern hat das Ausscheiden gegen Spanien eher zu einem jetzt erst Recht-Effekt genutzt. Zum Weiter-drauf-aufbauen gehört eben auch die aktuelle Länderspielpause. Der Kader, den Nagelsmann nominiert hat, da ist eigentlich die Überraschung ausgeblieben, oder? Das konnte man alles erwarten von der Form auch, dass du bei ein paar Spielern sagst, vielleicht nicht topfit, nehmen wir nicht mit, oder hat dich da was ins Auge gefasst? Nee, also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form überraschend war. Nagelsmann betont ja auch immer, dass ihm einerseits die Leistungen wichtig sind, die die Spieler im Klub bringen, also dass er da sehr darauf achtet, dass die Spieler in Form sind. Er hat aber auch natürlich Spieler gerne um sich, die auch schon wissen, was er von ihnen verlangt. Dann ist vielleicht auch ein Chris Führig, auch wenn der in dieser Saison jetzt erst so langsam einen Tritt findet, immer wieder dabei, weil er auch eben bei der EM dabei war. Da haben dann schon ein paar Spieler ein Stein im Brett. Gleichzeitig zeigt Nagelsmann auch, dass er andere Spieler nicht vergisst, dass zum Beispiel ein Ruben Gosens, auch wenn der im Sommer keine Rolle gespielt hat, sich mit guten Leistungen in Italien wieder ranspielen konnte. Ich würde jetzt sagen, bis auf Ortega am Tor, der sowieso dann nur den dritten Torhüter spielt, ist jetzt nicht die wichtigste Position, gab es da in diesem Kader keinerlei Überraschung. Ja, und dann hatten wir das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag. War das einfach auch nochmal so dieses letzte Tamtam für dieses Jahr? Ja, auch vielleicht eine Belohnung an die Spieler, die sich so festgespielt haben in der Mannschaft und natürlich auch, dass du sportlich nochmal alles zeigen willst, was ja am Ende auch ganz gut funktioniert hat? Ich glaube, die Spieler hatten Lust auf dieses Spiel. Also die hatten Lust darauf, sich noch einmal zu zeigen. Musiala, Havertz und Wirz als Dreierreihe hinter einem Stürmer-Kleindienst. Die waren sehr verspielt in dieser Partie, haben aber auch das Gegenpressing, das Pressing sehr ernst genommen. Man hatte schon das Gefühl, dass die das Spiel als das angenommen haben, was es ist. Nämlich erstens als ein Spiel, das über den Gruppensieg entscheidet. Sie haben ja damit sich selbst auch quasi eine Pause erlaubt und auch die Pause erarbeitet, dass sie dann gegen Ungarn eben nicht mehr in der Startelf stehen mussten. Aber auch gleichzeitig dieses, was Nagelsmann auch immer fordert, dass man jedes Spiel auch schon als Einspielen sieht. Dass man jedes Spiel ernst nimmt, weil man eben nicht so viele Spiele hat, weil man weiß, im kommenden Jahr, als der Nation schlägt, dann geht direkt die EM, qualiviert er weiter und dann ist schon wieder WM. Also, dass man sich da selber auch keine Pausen kennt, dass man dieses, was Nagelsmann vorlebt, auch annimmt. Das habe ich in dieser Mannschaft gegen Bosnien sehr, sehr stark gespürt. Mit 7 zu 0 noch fürs Protokoll fliegt dann das Team über die chancenlosen Bosnia hinweg. Sag uns einfach mal, ohne dass wir ganz groß auf die einzelnen Tore eingehen, was aber extrem gut funktioniert hat, wie du diese Genialität von Wirz immer wieder reinbringen konntest, dieses Zusammenspiel, was so gut funktioniert. Also, mit welchen Mitteln hat es dann gegen Bosnien-Herzegowina geklappt? Ich habe das Gefühl, dass wir seit der EM noch mehr an Variabilität gewonnen haben. Dass natürlich dieses System, wie Nagelsmann es auch schon bei der EM hat spielen lassen, mit einem Sechser, der zwischen die Verteidiger fällt, einem Sechser, der davor ist, hochschieben den Außenverteidigern, so eine Art 3-1-5-1, dass dieses System schon sehr deutlich präsent ist und auch durchgezogen wird, egal ob man nun gegen Ungarn mit der B-Elf spielt oder gegen Bosnien mit der A-Elf. Aber dass man da eben variabler geworden ist, dass es noch mehr Positionswechsel gibt, dass Würzen, Havertzen, Musiala sehr genau wissen, wann sie zueinander finden müssen, wann sie auch die Tiefe gehen müssen. Wir haben sehr viel Tiefe in diesem System, dass es auf dem Papier gar nicht so tief aussieht, sondern viele Mittelfelddribbler und Mittelfeldkleinspieler. Aber die gehen auch immer wieder die Wege, die haben auch die Geschwindigkeit, um Tiefe zu suchen. Wir haben auch mit einem Kleindienst jetzt gegen Bosnien eine Option gehabt, Flanken zu schlagen. Also auch mal, das gab es auch als Element dann immer wieder, Kimmich, auch einen Rüdiger, der dann plötzlich aus dem Halbfeld Flanken geschlagen hat. Also da hat man sehr viel Variabilität reinbekommen. Und ich denke aber, das große, wichtige Ding ist natürlich das Gegenpressing und Pressing. Also, dass diese Spieler nicht nur eben mit dem Ball zaubern wollen, sondern dass sie auch nach Ballverlust sofort mit drei, vier, fünf Mann raufgehen. Dass sie sofort, wenn der Gegner den Ball hat, der da hinten rausspielen möchte, in den Pressing, in den Mann gegen Mann gehen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, dass sie eben auch das Spiel gegen den Ball sehr, sehr gut beherrschen. Und eben durchziehen. Also das ist ja das, was man sich als Fan und natürlich auch als Trainer immer wünscht, dass du einfach weitermachst. Und du hättest nach 4-0 drei Gänge runternehmen können und auch das Gegenpressing einfach verlassen. Aber sie haben ja immer weitergemacht. Das ist einfach auch eine gute Erkenntnis, glaube ich, für die Stimmung und die Selbstsicherheit in der Mannschaft, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, dass dieser Wettbewerb, der ja auch herrscht in dieser Mannschaft, relativ hoch ist. Weil natürlich, wir sind uns einig, dass ein Busiala, Wirtz, ein Havertz, das sind teilweise Jahrhunderttalente, die unsere Nationalmannschaft jetzt gerade segnen, wo man sich nur schwer vorstellen kann, dass die mal jetzt bei einem wichtigen Turnier in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht spielen. Aber das sieht natürlich in den Leroy Sané, in den Serge Naby sieht das anders. Die haben natürlich den Anspruch und auch den Willen, sich da durchzusetzen. Und entsprechend hat auch gerade Sané nach der Einwechslung weitermachen wollen. Der hat auch zeigen wollen, hier, guck mal, ihr müsst mich nicht vergessen. Bitte vergesst mich nicht. Ich will auch hier eine Chance behalten. Das ist auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung für so eine Nationalmannschaft, dass du einen Stamm hast, aber auch Spieler dahinter, die immer wieder reinpiksen und sagen, ich will aber auch. Bist du denn als Trainer über so ein Spiel froh oder würdest du dir noch einen Gegner wünschen, der mehr auf Augenhöhe ist und wo dein Team vielleicht noch einen Ticken mehr gefordert ist? Ich glaube, zum Jahresabschluss war das so, die perfekten Gegner und auch gegen Bosnien das perfekte Spiel. Dass man einfach nochmal nach einem Jahr, wo ja auch ein Turnier war, wo es ja auch mit diesem Spanien-Spiel einen Rückschlag gab, einen krassen, dass man da nochmal mit einem guten Gefühl rauskommt, dass man da jetzt auch nicht in dieser Phase im November, wo ja auch bei den Vereinen so langsam das Tempo angezogen wird, wo es so langsam auch Ergebnisse geht und wo es in der Champions League wichtig wird und so weiter und so fort, dass du da jetzt nochmal so zwei Spiele hattest, die nicht die allerstärksten Gegner hattest, wo du trotzdem halt dich zeigen konntest, dich beweisen konntest, aber dass man jetzt auch erstmal dann sagen konnte, okay, jetzt haben wir erstmal wieder eine Pause und nehmen diese guten Gefühle jetzt für die nächsten sechs Monate oder fünf Monate, bis es dann weitergeht mit. Lass uns jetzt nochmal fix auf das zweite Spiel schauen, bevor wir dann ein paar generelle Ergebnisse zusammenfassen können. Jetzt das 1-1 gegen Ungarn. Gestern Abend ein Spiel, das erwartbar natürlich schwerer war, gerade auch in Ungarn mit einer Mannschaft, wo nur Kimmich und Andrich drin geblieben sind. Bei Kimmich vielleicht können wir da mal anfangen. Der hatte darauf plädiert, dass er trotz seiner Blessur dann am Samstag nochmal aufläuft, nochmal spielt. Was hältst du davon auch als Kapitän? Geht er da voran oder riskiert er da vielleicht ein bisschen zu viel? Ne, ich finde schon, dass er vorangeht. Ich finde, als Kapitän bist du dann nochmal in einer anderen Stellung, als wenn du einen Würz, ein musealer junger Spieler trotzdem noch, die zwar Leistung bringen, aber eben auch überspielt werden dann teilweise und dann diese Pause brauchen. Kimmich braucht diese Pause nicht. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er halt sein Niveau auch trotz vieler Spiele sehr, sehr gut halten kann. Und dann finde ich es schon ein starkes Signal, wenn er sagt, nee, ich will nicht irgendwann in der zweiten Halbzeit oder der 60. Minute kommen, sondern bitte setz mir von Anfang an ein, dann vielleicht auch nur eine Halbzeit, aber ich will in dieser Startaufstellung stehen, ich will diese Kapitänsbinde von Anfang an tragen und auch bei der Hymne in der Mitte stehen. Das finde ich schon ein starkes Signal, ja. Gegen Ungarn startete die Mannschaft dann ohne echten Stürmer. Du hast ja jetzt auch ohne Havertz und Kleindienst, die dann auf der Bank waren, auch nicht im Kader gehabt jetzt, auch mit Personalsorgen. Ist das wieder so die Rückkehr zur alten Formation, zur alten Systematik, wie man es auch noch unter Löw kennt, wo man das so probiert hat? Oder war es jetzt einfach nochmal ein Experiment, wie das klappt? Vielleicht eher mal mit Nabry vorne in der Spitze. Der Nagelsmann ist ja grundsätzlich auch ein Trainer, der das gerne spielen lässt, hat das ja auch bei den Bayern immer schon ein paar Mal ausprobiert. Es ist nicht so, dass ihm das komplett fremd wäre, aber das Spiel hat auch bewiesen, dass die deutsche Nationalmannschaft schon gut daran tut, einen Stürmer vorne drin zu haben, selbst wenn dieser Kai Havertz heißt. Also wenn du halt vorne einen Stürmer hast, der zwei, drei Verteidiger bindet, auch mit der Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass die wissen, okay, der kann jetzt auch den Ball in den Fuß bekommen. Der ist nicht nur eine Gefahr mit Tiefenläufen wie in Nabry. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und wir haben ja mittlerweile auch die personelle Vielfalt da vorne, dass wir einen Völkug, einen Undaf, einen Havertz, einen Kleindienst vorne einsetzen können, dass dieses Experiment ohne Stürmer eigentlich nicht mehr nötig ist, wenn nicht gerade so ein Spiel wie gegen Ungarn ansteht und man das dann eben mal probieren kann, auch um Spieler zu schonen. Vielleicht gehen wir nochmal in ein paar Trainingseinheiten rein. Kannst du dir denn vorstellen, wenn wir so die zwei Spiele haben und du von vornherein weißt, es wird wohl zwei quasi unterschiedliche Anfangsformationen geben. Würde da Nagelsmann in diesen Formationen schon gegeneinander trainieren lassen im Training, im Spielsystem oder versucht er da schon noch viel zu durchmischen und sich dann da eben nicht ganz so festzulegen? Ich glaube, du hast als Nationaltrainer sowieso so wenig Trainingseinheiten. Also die Spieler kommen dann irgendwann Montag oder Dienstag an, haben auch gerade erst Spiele gehabt, dann geht es Samstag schon wieder weiter, dann hast du zwischen den Spielen ja auch wirklich nur Regeneration und nach dem Spiel reisen sie wieder ab. Ich glaube, mit sowas beschäftigst du dich dann nicht. Ich glaube, dann geht es eher um die langfristige Denke, okay, welche Ideen können wir jetzt nochmal reinbringen, worauf können wir nochmal eingehen, auf welche Facetten. Und ich glaube, da machst du nicht so A-gegen-B-Spielchen oder guckst dann nochmal im Training genau, welcher Spieler jetzt an die Startaufstellung gehört. Das ist, glaube ich, etwas, was du schon wissen musst als Nationaltrainer, wenn die Spieler anreisen. Was hat denn gegen Ungarn vor allem gefehlt? War es eine Kreativität? War es eine Zielstrebigkeit? Hat auch natürlich weniger Aggressivität im Gegenpressing, dass du die Ballgewinne hoch bekommst? Wie kann man das zusammenfassen, den Auftritt? Ich würde schon sagen, es war eine fehlende Eingespieltheit, weil du hast schon gemerkt, dass diese Mannschaft so noch nie zusammengespielt hat und so wahrscheinlich auch nie wieder zusammenspielen wird. Die Spieler sind dann teilweise sehr lange auf ihren Positionen geblieben. Das kennt man so nicht, wenn Musiala wird spielen, die sind dann sehr viel quilliger, doch mal woanders auf. Aber auch wenn dann mal ein Brand sich hat fallen lassen, dann hat sich niemand neben ihn fallen lassen, und dann war kein Anspielpartner da. Wenn dann mal ein Narr für die Tiefe gesucht hat, ist dann auch niemand mit in die Tiefe gelaufen. Also solche Kleinigkeiten, wo du gemerkt hast, diese Mannschaft ist nicht eingespielt. Und der zweite Faktor ist, das muss man auch ganz klar so benennen, dass das die B-Mannschaft ist, weil die Spieler nicht so gut sind, wie die Spieler, die in der A-Mannschaft stehen. Es macht einen Riesenunterschied, wenn da wir jetzt Musiala, Havertz vorne drin sind, in dem du den Ballkorb abnehmen kannst. Jetzt hatten wir viele Ballverluste auch, weil ein Brand, auch wenn er viel probiert hat, eben auch viel nicht richtig gemacht hat. Weil ein Andrich diesmal als tiefer Sechser gespielt hat und dann eben auch zwei, drei Fehlpässe gespielt hat, die vielleicht einen Groß- oder auch gerade einen Pavlovich nicht spielen würde. Auch im Pressing ist das ein Unterschied, ob du einen Kleindienst Havertz würdest. Das sind absolute Pressing-Maschinen. Und das sind halt Brand, Nabri, nicht in dieser krassen Form. Und dann sind das halt diese paar Prozentpunkte, Eingespieltheit und individuelle Klasse. Und einen Gegner, der es auch besser macht, muss man sagen, als Bosnien. Also Ungarn war sehr viel körperlicher unterwegs, als Bosnien das war. Das sind so kleine Faktoren, die dann dafür sorgen, dass so ein Spiel dann eben nicht 7-0 ausgeht. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer damit zu sagen, das Spiel hätte jetzt nicht ganz so viel Aussagekraft. Stimmt vielleicht fürs große Ganze. Aber du hast ja trotzdem elf Nationalspieler da auf dem Platz stehen. Und gerade das ist dann eine Chance für Sané, für Nabri, sich nochmal mehr zeigen zu können, mehr da rauszustechen. Und du brauchst ja auch als Nagelsmann Optionen einfach. Du kannst nicht deine Elfspieler über das ganze Turnier auf dem Platz lassen. Also wie wichtig ist es denn eben auch, dass du mal die Bankspieler in solchen Duellen an ihre Grenzen bringen kannst? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist auch sehr interessant zu sehen, wie dann diese Spieler mit dem Adler auf der Brust eben performen. Weil ich glaube, du hast schon einen Punkt, wenn du sagst, es hat nicht diese Bedeutungskraft, weil wir haben jetzt auch gegen Ungarn mit demselben System gespielt, die Raute im Aufbau, mit einem zurückfallenden Sechser, einem Sechser vor den beiden Innenverteidiger und Ausverteidiger schieben weit vor. Also das war systematisch sehr ähnlich. Hat aber überhaupt nicht geklappt. Also das, was man sonst so versucht hat, mit zwischen die Linien kommen und dann tiefe Sorgen oder über die Flügeldurchbrüche erzwingen, das hat überhaupt nicht geklappt. Aber niemand käme jetzt auf die Idee, nach diesem Spiel zu sagen, okay, wir spielen das System nicht mehr. Sondern das war halt, liegt da gerade an den Spielern so. Aber trotzdem, gerade auf Spielerebene, du hast es ja auch gerade schon gesagt, kann man hier viele Schlüsse ziehen. Man kann natürlich sagen, ein Matcher als Sechser vor der Abwehr, der hat da sich durchaus versucht zu zeigen, aber der hat auch durchaus Limitationen, gerade mit dem Rücken zum Tor, was du für diese Rolle in der Nationalmannschaft einfach brauchst. Das noch einmal zu sehen und dann auch zu wissen, okay, Matcher vielleicht jetzt noch nicht diese 1A-Lösung oder auch nicht die 1B-Lösung, ist immer besser, das einmal zu sehen, als das nur vermuten zu können. Lass uns noch mal so ein paar Positionen durchgehen. Da können wir auch im Tor anfangen, wo viele sich die Frage stellen, wird es denn jetzt Baumann oder Nübel wohl für die nächsten Aufgaben noch, wenn Testegen länger fehlt. Hat für dich da jemand die Nase vorn? Beide haben es, glaube ich, auf ihre Weise ganz okay gemacht. Ja, also Nübel hatte das Glück natürlich, dass er sich mehr auszeichnen konnte einfach, weil erstens die Gegner Chancen hatten und er etwas zu halten hatte. Baumann hatte ja nur eine Parade zeigen können, die auch sehr stark war. Nübel hat auch mehr mitspielen dürfen, was daran lag, dass Bosnien sich sehr weit zurückgezogen hat und Ungarn wenigstens zweitweise immer angepresst hat. Da hat, finde ich, aber Nübel zu zwei, drei Fehlpässe gespielt, die eigentlich auch nicht typisch gewesen sind aus dem Verein. Das ist dann schon eher ein negativer Punkt. Also ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, diese Spiele. Dann ist halt die Frage, was plant der Bundestrainer langfristig? Baumann ist auf jeden Fall noch ein paar Jahre älter, muss man sagen. Baumann wäre, glaube ich, 36 bei einer WM 2026. Das ist dann auch schon wieder ein kritischer Punkt. Aber wenn man dann sagt, okay, es spielt sowieso Ter Stegen, wenn er wieder fit ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man ins Nations League Turnier mit einem Baumann geht, der eben noch das sichere Paket abliefert, würde ich behaupten, als einen Nübel, der auch in diesem Spiel eine Ecke verurschuldet hat, die er nicht hätte verschulden müssen. Und Elverkiller, ich glaube, da hätte Schubisch Leisig gestern dann nicht so lässig an den Punkt gestellt, wer da einem Baumann gegenüber gestanden hätte. Ja, wir schauen auf die Defensive. Das funktionierte eigentlich die letzten Monate schon sehr gut mit Thar und Rüdiger im Zentrum. An den beiden kommt wohl einfach nichts vorbei, oder? Selbst Schlotterbeck mit einer guten Zweikampfquote, auch viele, viele vorstoppende Aktionen, die er eben machen kann, die Bälle abfangen. Aber das ist mit Thar und Rüdiger einfach genau dieses Zusammenspiel, was du brauchst, oder? Ja, würde ich auch sagen, auch da wieder das kleine, einschränkende Fragezeichen des Alters, weil sie ja beide auch nicht mehr die Jüngsten sind und bei einer WM 2026 dann auch beide schon über 30 werden. Ich glaube, Rüdiger 33, also deutlich über 30. Kann dann natürlich gerade, weil Thar ja stark übers Tempo kommt, da kann das dann schon mal schneller gehen, dass dann plötzlich so ein Leistungsabfall kommt, mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Aber da bin ich eigentlich optimistisch, weil diese beiden Spieler auch in der Art, wie sich ihre Profile ergänzen, sehr gut zueinander passen, dass du da eben eher nur über Backups nachdenken musst. Rechts hinten ist, glaube ich, alles klar. Kimmich erstrahlt da in altem Glanz. Aber diese Position da links hinten, Linksverteidigung, Mittelstädt, hat auch zumindest die letzte Saison eine überragende Leistung gezeigt. In dieser Saison läuft bei ihm auch nicht alles ganz so leicht händig. Ist das vielleicht der Spot in der ersten Elf, der am offensten ist und wo der Konkurrenzkampf dann auch mit einem Henrys, auch mit einem Raum, die zurückkommen, am offensten ist? Ja, ich fand, dass einen Henrys nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat, weil er dann in der zweiten Halbzeit, fand ich, auf rechts deutlich auffälliger als auf links. Ich finde, Mittelstädt muss sich da eher damit Raum bekämpfen. Der, finde ich, auch sehr, sehr starke Spiele gemacht hat vor seiner Verletzung in der Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist noch so ein Kandidat, der dann was macht. Ich bin da sehr gespannt, auch ein Gosens. Der hat ja auch eine gute Möglichkeit gehabt, jetzt gegen Ungarn. Ob der sich da noch mal reinkämpft, ist ja grundsätzlich eher ein Spieler, der sich in der Fünferkette wohler fühlt. Aber mit dieser offensiven Rolle in der Viererkette könnte er vielleicht auch warm werden. Also ich glaube schon, das ist noch eine Position, wo es noch einen Konkurrenzkampf geben wird. Lass uns über einen Spieler sprechen, der gestern viel Eigenwerbung machen konnte. Das war Felix Metzscher. Was bringt er mit seiner Qualität nochmal in die Mannschaft? Gibt es so ein Profil schon bei anderen Spielern, die jetzt einfach nicht gespielt haben? Oder ist er nochmal so eine einzigartige Dynamik, die er da reinbringen kann? Ja, Dynamik ist das Stichwort. Also ich glaube, wir haben da auf der Sechserposition viele Spieler, die spielintelligent sind, die auch die Pässe spielen können, die auch Bälle verteilen können. Denen aber so etwas die Geschwindigkeit fehlt. Also das gilt halt für Pascal Groß genauso wie für Angelo Stiller. Pavlovich hat da noch die besten Karten auch in der Hinsicht. André ist auch einer, der gerne nach vorne verteidigt. Und ich glaube, diese Dynamik, die ein Matcher mitbringen könnte, die wäre nochmal eine andere Facette in dieser Mannschaft. Gleichzeitig ist diese Dynamik aber auch nicht unbedingt vorgesehen. Also er müsste theoretisch noch im Spielaufbau besser werden, weil du als Sechser das eben mitbringen musst bei der Nationalmannschaft. Also da sind nicht so viele Leute nach vorne gefragt, sondern da musst du eben den Sechserraum beackern und dann dich anbieten und auch mit dem Rücken zum Tor gute Entscheidungen treffen. Und er muss im Timing, im Pressing noch besser werden. Also da fand ich André sehr viel besser, als er diese Rolle gespielt hat im Spiel gegen Bosnien, als dann Matcher jetzt gegen Ungarn. War auch ein bisschen undankbarer, weil Matcher mehr Beiverluste verteidigen musste als André. Aber trotzdem hat er auch noch so Schwächen gezeigt. Also für mich war es jetzt auch noch nicht so das durchbrechende Spiel von Matcher. Für mich war es jetzt eher so, okay, den sehe ich jetzt erstmal nicht, wenn jetzt Pavlovich und Stiller wieder fit sind. Mit Verlaub, bei Dortmund-Spielern muss man ja auch immer schauen, wie sie dann im Verein ihre Form halten können und wie sie sich dann weiter anbieten. Und dann schauen wir nochmal auch auf einen der ganz großen Gewinne, auch im wörtlichen Sinne, Tim Kleindienst vorne im Angriff. Doppelpack gemacht, bringt sich genau in diese Position, für die er vorgesehen ist. Ist das bei ihm so ein Füllkrug-Effekt, der auch sofort gezündet hat und kann man Füllkrug da jetzt vielleicht schon vergessen machen? Ja, ich finde Kleindienst sehr, sehr spannende Personalie, weil er ja noch vor ein paar Jahren 2. Bundesliga gespielt hat und jetzt auch über Heidenheim dann den Durchbruch geschafft hat und man merkt aber auch, dass er in bestimmten Dingen, die er tut, limitiert ist. Also gerade technisch, gerade erster Kontakt ist nicht eigentlich auf Nationalmannschaftsniveau, das muss man ganz deutlich so sagen. Aber ich finde auch, das hat überraschend gut im Zusammenspiel eben mit den ganzen Kreativköpfen hinter ihm funktioniert, dass er dann auch mal als Wühler vorne drin Verteidiger auf sich zieht, dass man die Option hatte, mit Flanken zu arbeiten, was man bei einem Unter beispielsweise nicht in dieser krassen Form hat. Ich finde, er hat sich da eine sehr gute Position reingebracht und gerade auch das Spiel gegen den Ball darf man nicht vergessen, wo zum Beispiel ein Füllkrug enorme Schwächen hat. Das kann einen Kleindienst besser reinbringen. Also ich dachte erst, als Kleindienst nominiert wurde, okay, das ist jetzt nur so eine Maßnahme, weil gerade kein anderer da ist, weil halt eben ein Füllkrug verletzt fehlt. Aber ich finde, er hat sich auch schon zusammen mit der letzten Länderspielpause in eine Position gebracht, dass er jetzt eine ärztafte, langfristige Option für die Nationalmannschaft ist. Ja, ist auf jeden Fall super zu hören. Freut uns natürlich auch für ihn. Ist ja wirklich ein erstaunlicher Weg. Gibt es sonst noch Spieler jetzt, die im Kader dabei waren, wo du meinst, von denen habe ich mehr erwartet oder die haben mich überrascht? Hast du da noch einen Kandidaten? Wie sieht es auch mit einem Julian Brandt aus, wo wir eigentlich nie wissen, was wir so bekommen können an einem Spieltag? Ja, ich bin ein riesen Julian-Brandt-Fan gewesen, lange Zeit so, aber mittlerweile muss man leider sagen, in einer Mannschaft, die halt dann mit Wirz und mit Musiala und auch ein Stück weit Havertz so Spieler haben, die einfach in dem, was Brandt anzubieten kann, nämlich Pässe, nämlich Läufe, mit einem Gesicht zum Tor Dinge kreieren, die sind einfach da nochmal so weit drüber, dass ich momentan keinen Platz für ihn sehe. solange Wirz und Musiala fit bleiben, sind das dann, ist diese Facette durch Wirz und Musiala abgedeckt und ich denke dann eher, dass da noch andere Spielertypen dann interessant werden könnten. Man hat ja nicht umsonst versucht, einen Paul Wanner eigentlich einzuladen, schon für dieses Länderspielfenster. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Krux von Julian Brandt, dass er eben da erstens halt defensiv eben nicht auf dieses Niveau kommen wird jemals, dass er einen Mann da benötigt und dass er auch gehemmt wirkt, so mittlerweile im Nationaldress. Das ist einfach keine Geschichte, die momentan ein Happy End zu finden scheint. Und es gibt eben, wie du sagst, viel Konkurrenz, die ihm auch vor die Nase gesetzt wird. Da kommen wir mal zum nächsten Thema und eine Quizfrage an dich. Was meinst du denn, wie viele Spieler kamen jetzt unter Julian Nagelsmann zu ihrem Debüt in der Nationalmannschaft? Hast du da die Zahlen? Das weiß ich gar nicht. Oh, bestimmt noch gar nicht so unendlich viele. So viele neue haben wir, glaube ich, gar nicht. 15 oder so? Ja, 15 sind es. Oh, das war reingeraten. Ich wusste es wirklich nicht. Nein, es waren jetzt auch derer Elf in diesem Jahr und das ist auch der höchste Wert seit 2014. gar nicht vor, gerade auch im Jahr mit einem großen Turnier. Aber das Durchschnittsalter war jetzt mit so knapp 26 Jahren auch so hoch wie seit 2013 nicht mehr. Steht das einfach dafür, dass Nagelsmann seine Kandidaten natürlich ganz genau unter die Lupe nimmt und die Leistung belohnt, dementsprechend nicht davor zurückschreckt, auch ältere Spieler zu berufen, die vorher nicht in Frage kamen und wie du schon meinst, beim Kleindienst, siehst du eigentlich genug Aspekte, die für die Nationalmannschaft gar nicht taugen würden? Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung. Ich glaube natürlich, das wäre auch noch ein bisschen anders, dieser Alterschnitt, wenn wir jetzt die EM ausklammern würden und dann nur den Bereich danach sehen würden, weil natürlich eine Groß-Rückhol-Aktion, die war nur für diese EM und Groß ist auch zurückgekommen, um diese EM zu spielen und nicht, weil er die Nationalmannschaft nochmal spielen wollte, sondern es ging da wirklich um die Heim-EM und da hat man dann eben alles auf eine Karte gesetzt und auch gesagt, ist uns egal, ob da jetzt Spieler mitspielen, die nach dem Turnier keine Chance haben. Man hat es ja gesehen, dass Müller, Neuer, Gündiger, Groß jetzt alle zurückgetreten sind nach der EM und das sind ja schon viele Spieler, die den Alterschnitt hochgezogen haben. Aber ja, das ist interessant sowieso, aber das ist glaube ich jetzt eine allgemeine Geschichte, wo wir so ein bisschen vom Nationalmannschaft wegkommen, dass halt Verteidiger wieder jünger werden, also dass wir auch junge Optionen haben in der Verteidigung und gleichzeitig Stürmer plötzlich mit 25, 26 dann nochmal so einen Schub erleben und das hat ja auch lange Zeit auf eher niedrigem Niveau gespielt. Das ist glaube ich nochmal ein sehr interessanter Punkt, auch ein Füllkug ist ja jetzt erst quasi so in der richtigen Spitze angekommen. Dementsprechend gibt es da auch immer wieder Spieler, die da reinrutschen, aber grundsätzlich sehe ich schon momentan so einen Trend zur Verjüngung, weil sind wir ehrlich, wenn Pavlovich nicht verletzt gewesen wäre, hätte er nach der EM glaube ich jedes Spiel gemacht. Ich glaube, das ist schon der Spiel, auf den man auf der Sechserposition mittelfristig setzt. Man hat versucht, einen Wanner einzuladen, der das ja nur ausgeschlagen hat. Es gab auch bei anderen Spielern schon dann die Option, dass sie eher U21 gespielt haben, weil sie gesagt haben, sie wollen die Spielzeit, aber sie wären auch für die Nationalmannschaft in Frage gekommen. dementsprechend glaube ich schon, dass wir dann eine Verjüngung eher erleben, als dieses Oldie-Ding großartig weiter durchziehen. Ja, ich mag solche Zahlenspielchen einfach, deswegen würde ich euch ein Fakt noch nicht vorenthalten. Also zum einen, dass auch keine andere Top-Nation oder sage ich mal Nationen mit ähnlichen Voraussetzungen, was Talentarbeit oder Kaderzusammenstellung und Anspruch angeht, so auf alte Debütanten setzen, sage ich mal. Und bei Spanien müsste man bis ins Jahr 1972 zurückblicken, wo man ein ähnliches Durchschnittsalter für Debütanten findet. Und man kann ja sagen, Spanien hat es ja die letzten Jahre nicht ganz so verkehrt gemacht, aber wie gesagt, das am Rande bringt mich aber zum nächsten Thema, zwar zur U21-Nationalmannschaft, die ja auch immer in den Slots jetzt gespielt hat. Wie sehr muss man denn auf diese Mannschaft ein Auge haben? Das ist ja auch eine brutal zusammengestellte Mannschaft, die sich da gefunden hat. Ist da, wartet man so auf die nächsten Kandidaten, die da den Durchbruch schaffen für die A11? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es immer Kandidaten, die eine Rolle spielen können. In Bayern beispielsweise hat er jetzt auch schon bei der EM mitgespielt, ist er auch ein Kandidat. Moukoko ist natürlich immer ein Kandidat, bei dem man darauf wartet, dass er durchstartet. Es ist schon, wir haben schon noch ein paar Talente und wenn du auch guckst, jetzt die A-Nationalmannschaft, da sind ja auch noch durchaus Spieler dabei, die jetzt noch U21 spielen können. Ich weiß gar nicht, ob das noch wird. Auf jeden Fall. Musiala bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der noch spielen könnte, aber du hast ja auch da junge Spieler durchaus am Start. Und dann kommt eben noch weitere Spieler nach, wie zum Beispiel Paul Wanner, der sich hoffentlich für Deutschland entscheidet. Wäre das dann nächstes Jahr eine gute Chance dafür, in einem, sag ich mal, Übergangsjahr vor dem nächsten großen Turnier da wieder viele neue Gesichter zu sehen? Also werden wir den Trend so beibehalten können? Ich glaube ja schon, dass wir eine Mannschaft haben, die sich relativ gefunden hat. Also ich glaube, wenn wir jetzt das Bosnien-Spiel nehmen, diese erste Mannschaft, da sehen, da sehe ich gar nicht mehr so unendlich viele Veränderungen auf uns zukommen Richtung Turnier. Vielleicht noch im Sturm gibt es dann noch die Frage, spielt er in Undar vielleicht, spielt er in Völkog, in den Kleidienst. Auf der Sechser-Position käme bestimmt Pavlovic dann wieder in Frage für den Groß vielleicht. Aber so unendlich viel mehr Änderung braucht es da, glaube ich, gar nicht. Also diese Dreier-Reihe-Offensive, die ist ja quasi auch schon, wenn die Spieler in Form bleiben, unverletzt bleiben, Arbeitswirt, Musiala, da ist, glaube ich, niemand, der sagt, damit sollten wir nicht ins Turnier gehen. Das ist, glaube ich, das, was wir alle sehen wollen. Genauso Innenverteidigung, Tar-Rüdiger, wenn die so bleiben, dann lass das mal durchspielen. Und dementsprechend würde ich dann eher einzelne, vereinzelne Veränderungen sehen, gerade weil Nagelsmann ja immer wieder betont hat, dass er diese Nations League sehr ernst nimmt und dass er auch möchte, dass sich die Spieler einspielen im Hinblick auf eben diese WM 2026. Ja, zum Ausblick kommen wir gleich noch. Du bringst aber die perfekte Überleitung. Lass uns mal die Nations League jetzt so abschließen als Wettbewerb. Wir wurden ja alle noch nicht ganz so warm, vielleicht mit diesem Format. Hat sich das jetzt bei der Ausgabe geändert? Die vermeintlichen Top-Nationen werfen immer noch nicht immer alles rein. Die Spiele sind bis zu einem bestimmten Punkt nur spannend. Die Gruppen sind nur bis zu einem bestimmten Punkt spannend. Was ist jetzt dein Fazit für diese sechs Spiele? Ja, ich würde schon sagen, dass ich da eine ähnliche Entwicklung genommen habe wie die DFB-Elf, weil ich auch zuerst sehr kritisch diesem Wettbewerb gegenüber gestanden habe, weil ich den auch als sehr artifiziell gesehen habe. So, man denkt sich irgendeinen Wettbewerb aus, damit man einen Wettbewerb hat, damit man noch mehr Geld generieren kann. Mittlerweile finde ich aber, dass dieser Wettbewerb viel mehr Spaß macht als irgendwelche random Freundschaftsspiele in diesen Slots, die es ja so oder so geben würde. Man hat jetzt auch zum Beispiel wieder beim Spiel San Marino gegen Lichtenstein gesehen, dass das eben auch gerade für kleinere Nationen diese Freundschaftsspiele massiv aufwertet und dass das eben eine massive Chance ist, auch für diese kleinen Nationen sich zu zeigen und sich nach oben zu spielen, nicht nach vorne zu spielen. Dementsprechend hat sich meine Meinung da um 180 Grad gewandelt. Ich finde das einen sehr interessanten Wettbewerb. Ich finde, wenn man diese Länderspiele so in der Saison haben möchte, dann finde ich die Art, wie man das jetzt macht, auch mit den Duellen, sehr, sehr gut. Würde mir manchmal wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Los-Varianz hat aus Sicht der deutschen Mannschaft. Wir haben jetzt doch relativ häufig gegen die Niederlande gespielt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Gegen Frankreich auch, Ungarn auch. Vielleicht mal einen anderen Gegner, vielleicht mal irgendwie gegen den Portugal oder sowas, aber das ist dann wieder das Thema für die nächste Auslösung. Aber grundsätzlich macht mir der Wettbewerb viel Spaß mittlerweile. Es ist ja quasi auch nur das Zwischenfazit. Der Wettbewerb geht ja noch weiter. Wir haben dann im März das Viertelfinale, jetzt in einem neuen Format, im Juni dann ein Final Four. Wie groß sollte man denn da das Augenmerk drauflegen? Weil das noch am Rande ist. Sportliche Relevanz hat es nicht groß. Im Gegensatz zur Europameisterschaft kann man sich da nämlich nicht direkt einen Startplatz für das nächste Turnier sichern. Also welche Bedeutung darf das dann haben? Und sind das genau dann diese Härtetests, die die deutsche Nationalmannschaft gut gelegen kommt? Also ich würde auf jeden Fall hoffen, dass wir diese kommende Runde überstehen, dass wir es schaffen, halt im Viertelfinale Dänemark, Kroatien oder Italien zu schlagen und dann in diesem Final Four stehen. Weil ich auch glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft keine bessere Vorbereitung haben kann auf die WM, als dann im Sommer davor noch einmal gegen Top-Nationen zu spielen. In einem Pflichtspiel ist es immer noch was anderes als ein Freundschaftsspiel. Es ist immer noch ein Pokal, den man am Ende gewinnt, den man hochheben kann. Das wird noch mal ernster genommen, spätestens ab der Final Four. Und in diesen Spielen dann noch mal gegen Top-Gegner das eigene System ausprobieren zu können, auch noch mal dann Schlüsse ziehen zu können im Hinblick auf die WM 2026. Das wäre enorm wichtig. Also dementsprechend hoffe ich sehr, dass wir dann die Spiele im März positiv bestreiten, dass wir die auch ernst nehmen und dann eben entsprechend im kommenden Sommer vielleicht auch zu Hause ein Nations League Turnier mit deutscher Beteiligung erleben dürfen. Spanien hat das Final Four 2023 sehr ernst genommen und wir wissen ja alle, wer dann sich 2024 zum Europameister krönen konnte. Lass uns vielleicht an dem Punkt auch noch mal ganz fix auf die paar anderen interessanten Nationen schauen, die ja die Konkurrenz der deutschen Nationalmannschaft ist. Zum Beispiel Portugal, Frankreich und Spanien. Das waren die anderen Gruppen ersten. Kroatien, Italien, die Niederlande und Dänemark. Alles auch sehr namhaft. Ziehen dann als Gruppen zweite ins Viertelfinale ein. Hat dich aus diesem Kreis eine Nation positiv oder vielleicht noch negativ überrascht? Ja, Portugal, die ziehen natürlich jetzt die Zügel an. Wir haben mit Kroatien, Schottland, Polen jetzt nicht die schwerste Gruppe gehabt, aber auch Kroatien musste erst mal so drin vorbeigehen in der Form. Da bin ich dann sehr gespannt. Würde ich auch mal gerne in diesem Final Four dann sehen. Wir müssen jetzt erst mal durchsetzen. Spanien bleibt das Nonplusultra auch. Das muss man ganz klar so formulieren. Die haben auch nach der EM kaum nachgelassen, haben auch ihre Gruppe komplett dominiert. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch, dass wir mit den Niederlanden nicht den einfachsten Gegner hatten in unserer Gruppenphase, weil ich habe sowohl bei Frankreich als auch bei Italien so ein bisschen das Gefühl, die sind noch nicht so in der Form. Italien ja auch, kommen ja auch aus einer eher schwierigen Zeit jetzt. Frankreich auch eher mit Problemen neben dem Platz behaftet, auch auf dem Platz nicht die allerbesten Leistungen. wenn du guckst, dass jetzt Moani ihr einzig verbliebener Torschütze ist, weil dann Member P gar nicht mehr da vorkommt. Dementsprechend ja, also da sind schon noch ein paar Gegner dabei, aber ich würde vor allen Dingen Portugal, Spanien, gegen die würde ich Deutschland immer gerne spielen sehen. Also so ein Replay in so einem Nations League-Finale des Viertelfinals Deutschland-Spanien, das wäre schon eine coole Sache. Spanien steckt ja auch in so einer zumindest kleinen Umbruchswelle, zumindest einer Übergangsphase, wo sie auch viele neue Spieler ausprobieren auch müssen, wegen Verletzungsproblematik. Ist dieser Weg vielleicht schon paralleler als bei anderen Deutschland-Spanien, wie sie sich auch aufs nächste Turnier vorbereiten? Ja, Spanien hat noch einen Vorteil gegenüber Deutschland, muss man ganz klar so formulieren. Karen Rodri ist jetzt gerade verletzt, das ist ja auch so ein Herzstück, der ist ja nicht zufällig Weltfußballer geworden, das ist nochmal ein anderes Spiel, wenn er da ist, auch eine andere Konterabsicherung, die du dann wagen kannst. Aber die Spanier kommen davon noch einem höheren Niveau als wir, muss man ganz klar anerkennen, und sie haben auch noch mehr Talent jetzt aktuell. Wenn du jetzt in die erste Elf von Barca guckst, da sind dann vier, fünf, sechs Spieler mittlerweile dabei, die junge spanische Spieler sind, die in den nächsten Jahren die Nationalmannschaft ausstocken können, in Kubasi zum Beispiel. Also ein Jamal, der spielt ja schon eine Rolle, aber der wird nicht schlechter werden bis zur WM 2026, da bin ich überzeugt von. Dementsprechend wird das nicht einfach werden, Spanien mittelfristig vom Thron zu stoßen. Ein Team, was jetzt in den Aufzählungen gefehlt hat, ist England. Da steht ja mit 2025 dann die Ankunft von Thomas Tuchel an. Vielleicht nur deine Gedanken dazu. Müssen wir mit denen dann auch wieder rechnen über die nächsten ein, zwei Jahre mit Tuchel? Ich denke schon, ja. Die haben jetzt ja auch keine Rolle gespielt, einfach weil sie aus dieser Nations League abgestiegen sind, weil sie das auch nicht ernst genommen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Das war genauso wie Deutschland unter Flick und Luf das nicht ernst genommen hat. Hat Southgate auch gesagt, ist uns egal, was wir da machen, hat da viel ausprobiert. Dementsprechend würde ich das jetzt nicht zu hoch hängen, dass sie da auch gegen Griechenland das eine Spiel blöd verloren haben. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft so viel Talent hat und wenn dann ein Trainer kommt und dann es schafft, dieses Talent gewinnbringend einzusetzen, dass es da auch Synergien gibt zwischen den einzelnen Akteuren, das haben wir ja bei der EM schmerzlich vermisst, dass auch die Offensivakteure Synergien zueinander schaffen, dann wird diese Mannschaft mit ein Titelfavorit sein und wenn ein Trainer das kann, dann Thomas Tuchel, bin ich sehr gespannt, auch wie schnell er es jetzt auch hinbekommt, diesen Sprung vom Vereinstrainer zum Nationaltrainer zu schaffen, das ist ja auch gar nicht so einfach, da hat der Nagelsmann auch ein halbes Jahr für benötigt, hat ja auch erst mal einige Male ziemlich falsch gelegen in seinen Aufstellungen, bis er dann irgendwann herausgefunden hat, wie er es zu machen hat. Jetzt ist erst mal lange, lange Pause, was Länderspiele angeht. Die deutsche Nationalmannschaft ist in einer sehr guten Form, ich will nicht sagen, vielleicht zu früh, aber wie schaffst du es denn jetzt über die Wochen und Monate ohne Länderspielpause diese Form aufrechtzuerhalten oder zumindest zu konservieren? Gar nicht, das ist das Problem, gar nicht, weil bis dahin sind da noch so viele Champions-League-Spiele, so viele Bundesliga-Spiele, Pokalspiele, das wird leider eine andere Mannschaft sein und das haben wir letztes Jahr ja im Positiven gemerkt, dass man eben das halbe Jahr zwischen diesen Österreich-Türkei-Spielen genutzt hat, um eben was Neues zu beginnen, aber dass dann auch Spiele in ganz anderer Form dahin zur Nationalmannschaft kamen und dass man auf ganz andere Spiele auch setzen konnte und das wird jetzt leider wieder der Fall sein. Also es geht wieder bei Null los dann im kommenden März, also nicht ganz bei Null, aber es geht dann doch bei 50 von 100 los und dementsprechend, ja, muss man sich da keine Illusion machen, dass sich das jetzt alles in rosa und rote Wolken aufgelöst hat. Was bringt denn dann das nächste Länderspieljahr ohne großes Turnier mit? Wir haben auch auf dem Programm dann Nations League, ein paar Quali-Spiele werden dann Ende des Jahres kommen für die WM 2026. Worauf wird es dann in diesem Jahr ankommen? Wie du schon meinst, die Form wieder finden und keine großen Experimente machen oder sind es noch ein paar Aspekte, die man einfach mit allem ziehen kann? Ja, es ist wirklich genau wie du gesagt hast, es geht darum, Form finden, Form halten und das System sich einspielen lassen. Also das System nochmal ganz klar formulieren, das hat man jetzt ja auch getan nach der EM, indem man eben diese Raute im Aufbau beibehalten hat, diese drei Zehner, die dann nebeneinander agieren. Und gerade, weil man eben jetzt keine Zeit mehr hat für Experimente, weil das Länderspieljahr 2025, so seltsam es klingt, besteht nur aus Pflichtspielen. Man hat das Nations League Viertelfinale dann im Idealfall hat man dann das Nations League Finale und danach geht es dann direkt weiter mit der EM-Quali, die man spielen muss und die dann auch in kleineren Gruppen, wenn man es dann gewinnt, spielt. Und das ist auch nochmal wichtig, das zu betonen, dass diese EM-Auslosung nochmal einen Vorteil hat, wenn man diese Nations League Finale spielt. Gar nicht so sehr, dass du dann unbedingt leichtere Gegner hast oder dass du dann automatisch qualifiziert bist, aber du hast erstens einen Fallback, dass du halt sagen kannst, okay, im Zweifelsfall können nur nochmal die Playoffs spielen dank Nations League und du hast auch die Vierergruppe, die tendenziell ein bisschen weniger Last ist, ein bisschen leichter ist, als wenn du so eine Sechsergruppe dann rumspielen musst und dich mit sechs Teams bekämpfen musst. Also das ist dann nochmal ein sehr wichtiger Vorteil, umso wichtiger nochmal diese Nations League vierte Finalspiele ernst zu nehmen, aber nochmal die Betonung, es gibt jetzt keine Freundschaftsspiele mehr bis zum März 2026. Ja, ich glaube, was bei der EM-Quali dann auch, wenn du dich nicht qualifizieren solltest, nicht mehr in den Playoffs bist, du irgendwie trotzdem dabei als zwei oder als einer der zwei besten Gruppensieger in der Nations League und da gehört Deutschland jetzt Spanien dazu. Alles nur am Rande, weil ich glaube, in der EM-Quali wird es dann schon die Erfolgserlebnisse geben. Ja, aber das ist jetzt die Aufgabe für 2025, woran kann der Nagelsmann jetzt in den kommenden Wochen arbeiten? Also der wird sich sicherlich nicht unter den Weihnachtsbaum setzen und die Däumchen drehen. Der wird vor allem viele Spiele besuchen, der wird viele Zahlen sich anschauen. Was meinst du, was kann der in der Phase tun? Der wird bestimmt auch Gespräche führen mit Spielern, auch immer wieder das Gespräch suchen, auch nochmal überlegen, wie kann er sich das weiterentwickeln? Der muss natürlich immer dranbleiben, immer schauen, wo kriegst du vielleicht noch einen Spieler rein, wo kommt noch ein Spieler her, den du vielleicht nicht auf dem Schirm hattest bisher. Es ist kein Job, der dafür sorgt, dass du irgendwie jetzt Pause machen kannst, aber es ist schon ein leichteres Leben als Vereinstrainer, muss man schon wirklich sagen. Also er kann jetzt doch zumindest mal auch ein bisschen Kraft tanken in den kommenden Monaten, gerade über Weihnachten wird er dann mal einen verlängerten Weihnachtsurlaub machen können und nicht eben dann am 1. Januar spätestens wieder auf dem Vereinsgelände stehen müssen. Ich glaube, er hat da schon auch die Möglichkeit, jetzt für sich nochmal Kraft zu tragen, um das Länderspiel ja dann frisch erholt und mit neuen Ideen angehen zu können. Dann jetzt abschließend noch die Sache, die Nagelsmann schon immer wichtig war zu betonen, dass du den Fokus auf die kommende Weltmeisterschaft richten willst, trotz eben der eigenen Europameisterschaft im eigenen Land. Wir erinnern uns auch noch an die Pressekonferenz, wo er dann meinte, ja dann gewinnen wir halt in zwei Jahren das Turnier. Waren diese ganzen Erkenntnisse, die Ergebnisse und einfach das, was man beobachten konnte, für dich also nicht nur hohle Worte und lässt sich dieser Weg, den er auch gehen will, bisher genauso unterschreiben? Auf jeden Fall, ja. Man hat auf dem Fundament der EM aufgebaut, man hat dann immer wieder kleinere Elemente dazugefügt, man arbeitet sich Stück für Stück ran, man guckt auch das Personal, dass man das eben nicht jedes Spiel wieder durchwürfelt, dass man nicht immer was Neues probiert, sondern dass man wirklich einen klaren Weg geht, ein klares Spielsystem findet, in dem sich die Spiele auch nach und nach besser zurechtfinden. Ich finde, man hat den Worten da auf jeden Fall Taten folgen lassen. Ja, dann würde ich sagen, klappt mal das Länderspieljahr 2024 zu. Vielen Dank, lieber Tobias, das waren wirklich viele Erkenntnisse. Ich glaube, das hilft auch immer nochmal zur Einordnung, was wir mit den ganzen Ergebnissen, ob Nations League oder was auch immer, anfangen können. Und dann schauen wir im März mal weiter, gegen wen es dann geht und wie es weitergeht für die deutsche Nationalmannschaft. Wir hoffen natürlich, dass die Form konserviert bleibt und wir zumindest vor der WM 2026 viele positive Aussichten haben können. Dementsprechend danke dir, Tobias und lasst gerne noch eure Anregungen oder Anmerkungen da und ich würde sagen, wir verabschieden uns aus diesem Länderspieljahr und mit allem weiteren dann auch demnächst wieder. Bis dahin. Danke dir.